Ja, das wird auf jeden Fall drauf gehen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Handle it. Oh fuck. Der Arme. What do you need? I... I... Katja. It's time to... This is not possible. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if... what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... Come on, Kat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep, right, hun? I mean, Jesus, this is our son. I know, but we know it's here or nothing. Fuck. Just who then? You want me to? You don't have to. I'll do it. No. You don't have to. Fuck. Fuck. I can. I can do this. Katja, Kenny, oder ich, oder keiner, oder nix sagen? I hope you can, but this is beyond you. I'll do it. No. It should be a parent. No parent would have to do something like this. So sieht's aus. He's right, Kat. We can say our goodbyes and... Just let that be it. I don't know. I don't know. At least we'll be doing this family with his friends. I think that's the best way. Why don't we take him into the forest? So Clementine doesn't have to see. Warum binden die nicht irgendwo am Baum fest und warten nicht, dass die sich verwandelt? Give us a moment to say goodbye. Of course. Ja, ist auf jeden Fall gebissen worden. Hm. Ich frage mich gerade, ob man das hätte verhindern können, aber... Ich glaube nicht. Hm. Ich bin brutal ernst mit ihr. Denn so ist sie wirklich. Hm. I'm gonna make sure he's okay. But how? He's bitten. I'm making sure he doesn't come back. Oh. Look, Clem. Things are... What the... No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Wer zum Teufel hat denn da jetzt geschossen? Die hatten doch beide keine Waffen. Oh, schnell. Äh. Was zum... Was ist passiert? Cat. Gotcha. Why? Cat. Honey. Oh, fucking God. What the hell happened? What did you... She couldn't... She, 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 she... Fuck. Oh, fuck. Fuck. Sie scheint sich wohl selber das Gehirn rausgeblasen zu ahmen. Oh, wer weiß das so genau. Vielleicht hat Kenny sie auch umgebracht. Wenn er nicht wollte, dass sie Duck erschießt? Hm. What do we do? You do it. End this, Kenny. Give me the gun. I'll do it. Give me the gun, kid. I'll do it. Gibt er auch noch. Wir müssen das machen. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Das sind wieder so schwere Entscheidungen, die wir hier treffen müssen. Wir müssen garantiert selber abdrücken. Ja. Aber was mache ich denn jetzt? Schieße ich denn einfach? Ich glaube, ich kann gar nicht daneben schießen. Ich muss es aber zu Ende bringen. God, ist das schwer. Das ist so schwer. Kann ich daneben schießen? Ich probiere es mal. Ne. Okay. Das war es wohl. Das war es wohl. Das war heftig. Aber mit Katja, dass sie so aufgegangen ist, kann ich nicht verstehen. Clementine muss sich beschissen fühlen. Er hat aber recht. Auch wenn es brutal ernst war. Hey. Hey. How you doing? Hey. Don't talk to my girl. Just stay away from her. Excuse me, son. Ich hörte, dass du ihr gesagt hast, dass sie sterben und sie endet wie Duck. Warum hast du das gemacht? Weil sie so ist. Ich weiß nicht viel über dich, aber ich kann euch sagen, dass der Sonne morgen kommt. Wenn ihr euch weitergeht, dann wird die Mädchen nicht mehr machen. Was wissen Sie? Ich weiß, dass du kein Plan hast. Wir kommen nach Savannah, und dann was? Wir finden ein Boot! Lachen wir das! Ach, scheiß auf Chuck! Wie eine Gunde? Wie eine Gunde? Wie eine Gunde? Wie eine Gunde? Sie sind doch zu jung, um zu machen? Sie sind zu jung, nicht mehr. Du musst sie als eine lebendige Person betrachten. Das ist es. Du bist sowieso lebendig oder nicht. Du bist nicht klein, du bist eine Frau, du bist ein Mann. Du bist nicht stark oder smart. Du bist lebendig. Schau dir die Haare. Findest du in meine Packung. Und schau dir das Haare bevor Walker die für dich. Und dann zeigst du dir, wie du eine Pfeil benutzt. Weil, wie es oder nicht, das ist das, was deine Leben von hier an aus. Ich will nicht sagen, wie du dein Job machst. Hm, wer hätte das gedacht? Ich dachte eigentlich, dass der ein bisschen böse Absichten hatte. Hatte der aber gar nicht. Wäre ein bisschen ehrlicher mit dem sein können in diesem Dialog. Hast du eine Familie? In der da irgendwoher. Ich bin ein bisschen auf meine eigene seit den letzten 14 Jahren. Entschuldigung, dass du das hörst. Kein jemanden zu schuldigen. Dann bist du kein Haus da? Ich glaube. Ich hatte Haus hier und da. Und sie einfach nicht funktionieren. Ich mag ein Bier, du kennst. Ja. Hast du einen? Nein. Hast du einen? Hast du einen? Ich habe die Kindheit, du kennst. Ich denke, jemanden hatte zu. Was ein Böse. Du sagst es. Wo gehst du? Wo gehst du? Uh, in dieser Richtung. Ich meine, wenn wir nach Savannah sind. Ich habe ein paar Ideen. Wir haben ein Gespräch, wenn wir da sind. Um, ob es oder nicht, die Leute wollen company. Sei sicher hier. Du glaubst. Ja, ja. Irgendwas hat er aber garantiert auch zu verstecken. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, okay. Gab es auch nicht viel Raum dazu. Wollen wir mal mit Kenny reden? Machen wir es einfach. Hey, Mann. Du und ich? Wir, äh... Ah, f***. Lass uns ins Meer gehen. Ist der jetzt sauer auf mich, dass ich... Oh mein Gott. Der hat so keine Ahnung. Hier lag noch eine Karte. Hier. Kannst du mich einfach alleine lassen? Gibt es nicht, wenn ich da für einen Moment schaue? Ich wünsche wirklich, dass du mich einfach alleine lassen würdest. Meine Güte. Das ist wirklich ein komischen... Du weißt, er macht viel durch. Aber wir müssen... ...die Karte bekommen. Wir kommen nicht an die Karten dran. Was für ein Affe. Da werden wir wohl später mal da dran gehen. Reden wir mal mit Ben. Hm. Hey, Ben. Hey. Hey. Aren't many of us left. Ja. Du, ich und Kenny. Clementine. Das ist der Wunschluss, wenn er sich um. Hm. Wir sind alle Wunschluss. Du weißt, was ich meine. Es gibt nicht viel Spaß bei den Menschen, wie sie waren. Ja. Ja. Ich glaube nicht. Carly musste nicht sterben, du weißt. Sie würde mich erstens töten. Ja. Vielleicht. Wir sehen uns. Boah, das war aber fies. Das war extrem fies. Was ist das denn für eine Weinflasche? Die stand aber vorher noch nicht. Bottle of Whisky. Hä, da stand aber vorher nicht da. Muss der wohl irgendwo ausgekramt haben. Und der wollte ja Alkohol haben. Hm. Guck mal was im Rucksack ist. Schere. Okay. Okay. You need to learn to protect yourself. What a crappy day. What do you think about Chuck? Hmm. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away. Got it. I mean with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? Hmm. Hold it and fire. Squeeze the trigger. Steadily, okay? Don't give it a quick yanker pull. Steady. I can do that. Every time. It'll be tough, but just remember to do that. You'll hit what you're aiming at. Okay. I'm ready.